Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Play OMSI 2. Wir fahren weiter die Linie 53 auf dem FG-Frad V1. Das letzte Mal hatten wir ja so ein kleines Türproblem. Das hat sich jetzt von alleine behoben, wie ihr vielleicht bei der Ringpart gesehen habt. Bis jetzt dann gehen wir der Straße wahrscheinlich weiter folgen. So seh ich gar nix. Schon wieder Manfreds. Ich hab' ja gewusst, dass du genug Manfreds da gewesen seid. So, jetzt nicht was mehr. Was? Hallo. Irgendwas stimmt mit dem scheiß Fahrplan nicht. Guten Tag. Willst du nicht mit? Nein, okay. Fahr mal weiter. Wie gesagt, das Video muss aus technischen Gründen halt immer geteilt werden. Länger als 15 Minuten kann ich nicht auf einmal aufnehmen. Mal weißen, dass letzte Video jetzt vielleicht nur 10 Minuten gegangen ist. Was dauert das mit den Urlern 5, 6 Stunden? Darauf hab ich keinen Bock. Okay, weiter. Alles. Steht niemand, oder? Oh, da sitzt ein Einschirm. Nächste Haltestelle, Weselweg. Wenn ich richtig gelesen habe. Oh. Weselweg. Was für ein komischer Dabe. Als nächstes, damit werde ich euch dann nochmal Innenverteil wirklich zeigen. Und zwar ist es um sie extrem. Da fahr' ich bei 5 Minuten diesen Berg da hoch. Letztendlich sind wir hier runtergefahren. Und um sie in die Extremfelder hochfahren im tiefsten Winter. Ich bin mal gespannt, ob ich hier hochkomme. Hm. Wird bestimmt spaßig. Boah, das ist... Kann ich euch schon mal sagen. Muss noch weiter raus, oder? Ja. Weiter raus. Nexseitigte Seeler Straße. Hallo. Hallo, der Herr. 300 Tage ohne Ticket. Ich muss halt in der ersten Haltestelle da haben welche Ticket gekauft. Nächste Haltestelle. Bis... Schacht. Bist... Schacht. Ja. Aber mit dem Fahrplan stimmt hier auf jeden Fall was nicht. Weil... ...bei... ...verspätung... ...holen wir überhaupt nicht ein. Na, jetzt ist es halt aber wirklich... ...gegesslich bin ich die Linie wirklich noch nicht gefahren. Ich sollte vielleicht mal früher eigentlich... mal aus... ...mal aus... ...mal aus... ...mal aus... ...ja. ...dness... ...mal lass mir... ...un... ...on... ...als... Ich kriege jetzt. Nächste Haltestelle am Winkel Guten Tag Hallo Hallo die Dame Wollt sie noch mit? Nein Okay Fahen wir weiter Ich hoffe euch gefällt die Karte Boah die hat aber schlecht Ich sollte wirklich mehr reinlenken aber mit der Tastatur ist das wirklich manchmal nicht so einfach Das kann ich euch sagen Nächste Haltestelle Hamburg Hamburg Stieg rechts Hallo Hallo die Dame auch kein Ticket Natürlich waren heute alle schwarz Hallo Hallo Warte, da haben wir... Ja... Weil ja immer mehr Pfeile... Wir haben definitiv zu viele Pfeile auf diese Hand gesetzt. Boah, meine Güte, da wird einem ja schlecht, sagen Sie mal! Ja, viele Pfeile nicht mit. Also ein Gelenkbus auf dieser Linie wird er sich wahrscheinlich nicht schnurren, obwohl mit Gelenkbus... ...den schon lange nicht mehr gefallen, das wird doch schon schlimmer. Das wäre ja auch vielleicht mal eine Idee für Obsee extrem... ... in dem Teil? Bei Schnee? Den Bergkorb mit dem Gelenkbus, wuuuh! Oh! Man merkt schon, es wird immer ländlicher. Oh! Doppelte Kapust passt hier definitiv nicht unterdurch. Zumindest nicht, weil man die Kollisionen alle hat. Das steht definitiv fest. Ja, jetzt sind wir wirklich außerhalb der Stadt. Reinholdweg, okay. Nächste heute Stelle, Reinholdweg. Ausstieg rechts. Hallo, die Dame! Die Dame! Wegshaltestück! Königswerte! Ah, okay! Oh, Endhaltestelle soll das wohl heißen. Okay! Dann würde ich sagen, das war's. Wir sind ja an Endhaltestelle angekommen. Ich hoffe, die Karte hat euch gefallen. Ja, beim nächsten Mal... Ihr könnt ja auch mal entscheiden, was für eine Karte ich zeigen soll. Ich habe ja viele Karten. Ich habe nun keine Kostenpflichten in End-On-Karten. Das heißt, Hamburg, Wien... Und dieser Hochflubus habe ich nicht. Aber die ganzen kostenlosen Karten habe ich fast alle. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!